Hallo die alle auf Nullcraft sind bitte glaubt dass ich nicht hacke und ich hacke wirklich nicht und ja das ist ein bisschen scheiße weil ich jetzt hier für eine Stunde gebannt bin und ja das war's auch schon und ich wollte es nur machen weil das sie sehen dass ich nicht hacke hier nochmal zur Info ich geh mal in den Einzelspieler dass ihr nicht seht dass ich x-ray oder so hab eine Sekunde ja einmal hier und ihr seht in x-ray müsste jetzt normal hier oben und meine Maus ist ja gezielt also links oben müsste jetzt normal einmal da stehen äh einmal da stehen x und j und so aber was es ja nicht tut und darum hätte ich auch nicht und ich hätte auch nicht ich drücke auf x kommt immer nur das da dass ihr seht immer nur meine Minimap, Optifine und und halt das hier okay nur dass ich es gesehen habe ne dann ich ja und ich ja ich